Heute wird das Smartphone 50 Jahre alt. Am 3. April 1973 erstmals telefoniert worden mit dem Funksiegel. Heute bekannt als Schweizer Taschenmesser der Kommunikationsgesellschaft für die Hosentasche. Ist das unvorstellbar ohne diesen Dingen zu leben? Was meint ihr? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich brauche es nicht den ganzen Tag. Tschüss!